Ich habe nachgesagt mir eigentlich eher, dass ich ein verrückter Käser bin. Das liegt darum, weil ich sicher ganz viele Sachen anders sehe, als wir alle anderen. Schon einen gewissen Teil ein Querdenker. Und ich arbeite auf meine Grundprinzipien und aufgrund meiner Philosophie. Wie läuft das ganze Jahr? Wir machen einen Termin aus. Ich komme dann mit der mobilen Käserei zu dir auf den Hof. Da werde ich die Milch direkt verarbeitet innerhalb von 4 Stunden. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Sorten auszuwählen. Anschließend nehme ich dann die Käserei zu mir mit und reiße sie dort im Keller. Angetrieben von dem Willen, das Traditionelle mit den innovativen, modernen zu vereinen, stelle ich mir meinen Know-how, dass deine eigene Milch ein hochwertiges Produkt wäre. Ich gebe den Leuten die Möglichkeit, ihren eigenen Käse individuell reifen zu lassen. Egal, ob Privatkonsument oder Direktvermarkter.